Musik Das geplante Konzert und Kongresshaus auf Klein-Venedig ist keine Bedrohung für die Stadt, sondern eröffnet ihr neue Zukunftsperspektiven. Musik Es wird mit Sicherheit Arbeitsplätze schaffen und Handel und Gastronomie ganz sicherlich stärken. Musik Siehst du es? Siehst du es jetzt besser? Guck deine Freundin. Komm, geh rüber Klein. Los, los, Gerlinde. Los. Es ist genau der Mosaikstein, den Konzert braucht, um auch in Zukunft als innovativ, attraktiv und fortschrittlich wahrgenommen zu werden. Musik Er wird schon seinen Weg machen. Weiter geht's. Tschüss, du kleiner Wacke. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020